Okay, retry. So, also dann fange ich an mit, je nachdem, was mir als erstes ins Auge fällt, Passwort. Okay. Sag an. P. Ja. O. Ja. E. Ja. U. Ja. A. B. Ja. P. K. Achso, wir sind schon bei den letzten jetzt. Genau, wir sind schon bei den letzten. Okay, sag nochmal. P. K. Ja. A. Y. J. C. Okay. Hm. Das ist es nicht. Geht Avery? Ähm. Avery sollte gehen. Sieht gut aus. So, wir haben Morse-Code. Okay. Da habe ich mir schon was aufgeschrieben. Hoffentlich hilft. Ähm. So, wir haben Kurz-Lang. Ja. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz, kurz. Okay. Dreimal kurz. Ja. So, und viel mehr habe ich bisher noch nicht, leider. Alles klar, das müsste reichen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Drei, fünf, vier, zwei. Drei, fünf, vier, zwei. Ist falsch. Shit, das gibt es auch nicht. Mann, habe ich mich wieder verguckt, ey. Nee, nee, nee. Ich habe nicht alle durchgeguckt. Achso, okay. Aber es kann eigentlich nichts anderes sein. Der, doch, Moment. Drei, fünf, eins, fünf. Drei, fünf. Drei, fünf, eins, fünf. Ja. Ja, der ist richtig. Okay. Okay, wir haben Memory. In Ordnung. Ähm, so, wir haben drei. Dritte Position. Okay. So, wir haben die Eins. Äh, Label Vier. Okay. Wir haben die Zwei. Gleiches Label wie in Stage Eins. Äh, okay. Wir haben die Eins. Äh, gleiche Position wie in Stage Eins. Gleiche Position. Wie in Stage Eins. Okay. Und wir haben... Die Vier. Ähm, gleiches Label wie in Stage Drei. Okay, haben wir. Also, wir haben Drähte von oben nach unten. Okay. Leuchtet nicht, weiß, Stern. Leuchtet nicht, weiß, Stern. Schneiden. Leuchtet, rot, kein Stern. Rot, kein Stern. Ähm, mehr als zwei Batterien. Leuchtet nicht, rot, blau, kein Stern. Ähm, letzte Digit von der Real Number ist die gerade. Äh, Moment, Moment, Moment. Äh, die ist gerade, ja. Schneiden. Okay, wir haben... Leuchtet nicht, rot, Stern. Leuchtet nicht, rot, Stern. Schneiden. Wir haben leuchtet, blau, Stern. Leuchtet, blau, Stern. Haben wir einen Parallelport? Ähm, wir haben... Nee, wir haben keinen Parallelport. Nicht schneiden. Okay, so. Haben wir geschafft. So, jetzt auf die andere Seite. Wir haben die Simon Says. Okay, wir haben einen Strike, ne? Wir haben einen Strike. Genau, es leuchtet blau. Und wir haben... Wir haben einen Vokal, ja. Wir haben einen Vokal und einen Strike. Okay, grün. Grün. Blau, grün. Äh, grün, blau. Blau, grün, grün. Grün, blau, blau. Wir haben blau, grün, grün, blau. Wieder grün, blau, blau, grün. Was? Nochmal. Ist blau, grün, grün, blau. Grün, blau, blau, grün. Okay, und wir haben... Blau, grün, grün, blau, blau. Das kann ich mit blau an. Okay, doch, war nur... Grün, blau, blau, grün, grün. Mann, ich glaube, das ist ein Film. Ach. War falsch? Nja, nee. Ach, ich, aber ich bin durcheinander gekommen. Mann, ey, ich bin so unkonzentriert. Das gibt's doch nicht. Ey, das ist aber... Das ist aber auch eine schwere Bombe. Das ist echt eine schwere Bombe. Wir hätten auch noch 53 Sekunden gehabt und ich glaube, wir hatten noch... Puh, ich weiß nicht, vier Module oder so? Du kannst, wenn du Zeit hast, gewisse Dinge kurz nachgucken. A, ob's ein Vokal hat, das brauchen wir immer. Ja. Die letzte Nummer der Seriennummer, ob sie gerade oder ungerade ist und wie viele Batterien und Parallelport. Okay, ich schreibe mir das mal auf. So, Parallel, klar. Letzte Ziffer. Und Batterien. Ja, das brauchen wir immer. Ja, da hast du recht. Das kann ich frühzeitig auch machen, bevor die Bombe losgeht. Ähm, Batterien und... Ne, das hatte ich schon. Parallelport, letzte Ziffer, Batterien und Vokal. Genau. Okay. Gut, na komm. Schaffen wir. Schaffen wir. Ach. Verdammtes Passwort auch immer wieder. Das ist auch echt, echt mega ätzend. So, wir haben... Ja. Na, wir haben... Okay, wir haben vier... Okay, wir fangen an mit dem Passwort. Okay. Ähm, Z. Ja. V. K. D. S. G. Okay. N, E, A, L, X, Y. Okay. Schauen wir mal. K gibt's auch nicht. D, 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 D. D, S. Geht Small? Ähm, Small sieht gut aus... Ne, geht nicht. Spell? Spell geht. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. So, wir haben Morse-Code. Ich hab mir schon was aufgeschrieben. Alles klar. Ähm, wir haben... Scheiße. Äh, Notizen sind ein bisschen durcheinander. So, wir haben kurz, lang, kurz. Ja. Kurz, kurz. Mhm. Lang, kurz, lang. Ja. Ja. Ja, ich glaub, mehr hab ich noch nicht. Okay, das passt. Das müsste reichen. Drei reichen in der Regel. Schlimmsten Fall gibt's einen Strike. Genau. Haha. Man muss das ja ausnutzen, die drei, die man hat. Ähm. Versuch, drei, fünf, sieben, fünf. Drei, fünf, sieben, fünf. Ist richtig. So, Simon Says. Haben wir einen Strike? Wir haben keinen Strike. Wir haben einen Vokal, ja. Okay. Blau leuchtet. Rot. Blau, blau. Rot, rot. Rot, rot. So, blau, blau, grün. Rot, rot, gelb. Okay. Blau, blau, grün, gelb. Rot, rot, gelb, grün. Blau, blau, grün, gelb, grün. Rot, rot, gelb, grün, gelb. Okay, ist durch. So, wir haben Maze. Okay. Was haben wir den ersten? Ähm. C4. Okay. D1. Okay. Rot ist bei E1. Und der Weiße ist bei C4. Bei C4. D4, hast du gesagt, ist der Strich, der Kreis. Ähm, nee, bei C4 und bei D1. Okay. Und nochmal den roten. Der ist bei E1. Und den weißen? Der ist bei B4. Nach rechts? Ja. Drei nach unten. Rechts ist falsch. Echt? Ja. E1 hast du gesagt. Ist der Weiße. Ah, nee, der Rot. Haha, Mist. Okay, jetzt haben wir einen Strike. Okay. Ähm. Eins nach oben? Ja. Auch falsch. Wo ist der Weiße jetzt? Der Weiße ist bei C4. Ich hab B4 gesagt, ne? Ja. Ach, Mann. Dann eins nach links. Nach oben. Drei nach rechts. Eins nach unten. Eins nach rechts. Ganz nach oben. Eins nach links. Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir drei Strikes. Exzellent gelöst. So, wir haben Memory. Mann, 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 ey. Das gibt's nicht. Das sind so blöden Sachen. So, eins. Zweite Position. Okay, wir haben die Eins. Vier. Label vier. Wir haben die Drei. Dritte Position. Wir haben die Zwei. Erste Position. Und wir haben die Vier. Gleiches Label in Stage 3. In Stage 3, okay. Wir haben die sechs Wörter. Okay. L-E-E-E-D. L-E-E-D. Wo machen wir das denn? Unten links. Sure. You are done. Like you're. Okay. So, dann haben wir OK ausgeschrieben. Oben rechts. Left. Right. Left. Haben wir. Dann haben wir L-E-E-D wieder. Unten links. Mittel. Blank. Ready. Okay. What. Nothing. Okay, haben wir. Ähm, so. Aber wir haben... Ey, das ist nicht zu schaffen. Es ist klar, es ist zu schaffen. Aber wir haben noch zehn Sekunden jetzt. Und wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf Module. Oh, grün. Fünf Module, ey. Also, wir haben sechs Module geschafft in sechs Minuten. Pro Minute, ein Modul. Das ist... Das müssen wir verdoppeln. Das ist krass. Ja, wir waren einmal, waren wir relativ kurz davor. Da haben wir nur noch eins gehabt. Ja, naja, das Problem ist auch, dass ich beim Maze habe ich ja auch so verkackt. Ja, ich habe es aber auch falsch gesehen. Es haben wir beim Maze nur immer einen der Punkte. Okay. Und du... Weil... Nacheinander, ja. Ich brauche nur einen Punkt. Immer Punkt, dann der rote und dann der weiße. Ach so, du brauchst nur einen Punkt, ja? Ich brauche nur einen Punkt. Verstehe. Weil es gibt keine... Kein Feld, wo die Punkte identisch sind. Ah, okay. Gut. Ach, oh weia, oh weia. So, ich würde sagen, wir probieren es noch einmal. Und ansonsten müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen. Bist im Skittingslager. Genau. Ach, Schande, Schande. Okay, gut. Let's go. Let's go. So, wir fangen direkt an mit... Passwort. Ja. Wir haben S, Q, H, V, A, X. Wir haben W, G, H, F, L, Y. Versuch's mit Study. Okay. Ansonsten Small, Spell oder Still. Small sollte passen. Small passt. Okay. So, dann, ähm, haben wir Maze. Ja. B1. Ein Krängel. Das rote Feld ist bei A5. Ja. Das weiße ist bei A1. Äh, Quatsch. E1, so. Bei E1. Nach rechts. Ja. Zwei nach unten. Ja. Nach links. Ja. Nach unten. Zwei nach links. Eins nach unten. Zwei nach rechts. Eins nach unten. Ganz nach links. Und oben ins Ziel. Okay, alles klar. So, dann haben wir, ähm, Morse-Code. Ja. Hast du was? Ja, ich bin grad, grad ist, grad ist gut. Moment. Sonst machen wir jetzt was anderes. Wenn du noch aufschreiben willst. Nee, so, ich hab vier. Also, ich hab kurz, kurz, lang, kurz. Ja. Wir haben kurz, lang, kurz, kurz. Ja. Kurz, kurz. Ja. Lang, kurz, lang, kurz. Das sind vier. Okay, das müsste auf jeden Fall reichen. Lang, ähm, ich muss das Ding ja nur noch finden. Das ist immer das Problem. Wo ist das Ding denn? 3, 5, 5, 5, 5. Okay. Gut, ist durch. So, dann haben wir, ähm, Simon Says. Wir haben einen, wir haben kein Vokal. Kein Strike. Kein Strike. Was leucht, leucht, leucht. Gelb. Rot. Okay. Gelb. Gelb. Rot, rot. Wir haben gelb, gelb. Gelb, rot, rot, rot. Wir haben gelb, gelb. Gelb. Willst du mich verarschen? So, ich hab's allein gelöst. So, wir haben, ähm, sechs Wörter. Alles klar. Ähm, U, R steht da. Äh, oben links. Oben links, okay, ausgeschrieben. Middle, no, first, yes, U. Okay, haben wir. So, wir haben LED. Mitte links. Mitte links, like. Your Apostrophe, next, Buchstabe U. U, R Buchstaben, hold, an. Haben wir. So, dann haben wir, R, E, D. Okay, die, mittel, rechts. Mitte rechts, mittel. Blank, ready, okay, what, nothing, press, no. Okay, haben wir, so, wir haben Memory. In Ordnung. Die 2 steht. Die 2, zweite Position. Okay. So, wir haben, die 2 steht. Ähm, gleiche Position wie in Stage 1. Okay, wir haben, wir haben die 1. Gleiches Label wie in Stage 2. Okay. Wir haben, die 3. Gleiche Position wie in Stage 2. Okay. Und wir haben, die 3. Gleiches Label wie in Stage 4. Gleiches Label wie in Stage 4, okay. So, wir haben einen weißen Abort-Knopf. Darauf drücken wir die Farbe, sagen. Weiß. Äh, wenn irgendwo nur 1 ist. Okay, haben wir geschafft. Wir haben Drähte, ganz normale, von 6 Stück, äh, 5 Stück. Letztes ist schwarz. Nein. Genau, 1 rote. Nein. Keine schwarzen. Nein. Schneiden erst durch. Okay, haben wir geschafft. So, wir haben, ähm, Drähte, 1 nach und so weiter. Alles klar. Erster blauer nach B. Ja. Erster roter nach A. Nein. Erster schwarzer nach B. Wir haben erst, Quatsch, wir haben zweiten roten nach C. Nein. Zweiten schwarzen nach B. Nein. Dritten schwarzen nach B. Ja. Und wir haben vierten schwarzen nach C. Ja. Wir haben fünften schwarzen nach B. Ja. Und wir haben dritten roten nach A. Ja. Okay, wir haben Drähte von oben nach unten. Okay. Äh, Mist, das ist noch nicht vollständig. Was? Ach doch, jetzt. Okay, wir haben von oben nach unten. Okay. Leuchtet, blau, Stern. Blau, Stern. Haben wir einen Parallelport? Wir haben keinen Parallelport, nee. Nicht schneiden. Okay, wir haben leuchtet, blau, weiß, gestreift, kein Stern. Blau, weiß, gestreift. Parallel, nicht schneiden. Wir haben, leuchtet nicht, weiß, Stern. Weiß, Stern, schneiden. Okay, wir haben Keypads. Okay. Wir haben Copyright, Lambda, abgeschnittene 3 und mein komisches Schreibstift L. Oh nein, ich find's nicht. Scheiße. Copyright, Lambda. Äh, 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 abgeaktete 3, Schreibstift, äh, warte mal, also Copyright, dann... Oh nein, schade. Das gibt's nicht. Letztes Modul? Oh, das war das letzte Modul. Nein. Oh, das war so knapp. Ich hab dann schon ausprobiert. Ähm, hab mir einen Strike eingeholt, aber das ist ja hier irrelevant, glaub ich. Ja. Ähm. Äh, schade, ey, wir waren jetzt so gut. Wir hätten's knapp geschafft. Ja, dann würde ich dann versuchen, es dann beim nächsten Mal nochmal in aller Frische mit voller Konzentration wieder. Ja, 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 ja. Aber wir schaffen das, ey. Ich denk das, denk das kriegen wir hin. Wir schaffen das. Uh. Boah, ist das spannend, ey, das ist echt. Aber die letzte Runde war wirklich gut, die war wirklich gut. Gut, es gibt nur noch Kleinigkeiten, die wir halt noch optimieren müssen vielleicht, aber... Genau, ja. Ansonsten, ähm... Es ist halt, wir dürfen uns keine Schnittseile haben. Sobald wir uns irgendwie verhaspeln, dann war's das. Ja, ja, das ist echt heftig. Okay. Gut. Dann verabschieden wir uns für dieses Mal und wünschen euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö.